An vielen Orten in Europa folgen Sternsinger dem Stern und machen sich auf den Weg. In alter Tradition kommen wir Sternsinger zum Jahreswechsel an die Häuser und Wohnungstüren. Wir bringen den Menschen den Segen Gottes für das neue Jahr. Wir machen auf die Not der Kinder weltweit aufmerksam und setzen ein sichtbares Zeichen gegen die Ungleichheiten auf unserer Erde. Kinder sind Könige, überall. Wir Sternsinger wollen mit der Hilfe Gottes allen Kindern diese Würde schenken. Wir Sternsinger sind immer Gäste und bringen als Geschenk das Beste, das man einander geben kann und das ein jeder brauchen kann. Der Segen Gottes sei für wahr bei euch, das ganze neue Jahr. All die, die ein und aus hier gehen, sollen unter Gottes Segen stehen. Und damit unser Wunsch zugleich, der Frieden bleibe stets bei euch. Denn nur wer Frieden hat und Segen, kann Gutes in der Welt bewegen. Der Friede sei, so hört unsere Bitte, wie Segen auch in eurer Mitte. Er sei bei euch in jeder Stunde, in kleiner und in großer Rund. Das Wünschen aus der großen Schar, Kaspar Melchior Balthasar. Wir wollen Lächeln und Zuversicht bringen. Wir wollen Freude und Hoffnung bringen. Vor allem aber wollen wir den Segen zu den Menschen bringen und von der Not der Kinder in der Welt erzählen. Wir wünschen ihnen auf diesem Wege Gottes reichen Segen für das neue Jahr. Christus Mensione Benediktat